Dann starten wir noch die Aufnahme und damit dann auch guten Morgen gekommen an die Leute, die nicht ins Team gucken, sondern die Aufzeichnung, ich glaube da gibt es gar keinen, die ich dann auch um meine irgendwie 2000 Videos auf einmal hochlade und freischalte, also nicht hochklade, aber freischalte. So, wir sind bei sicher 10 angekommen. Und dann reden wir mal mit den ganzen Leuten. Gleiche Stimme wie Gohan. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihn in ihre fetten Herrsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Ich weiß nicht. Paladine erschienen mir auch realistisch. Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Hast du keine Angst, dass hier jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Dein Boss glaubt wirklich, er kann hier absahnen, was? Ich gehöre nicht zu Silvios Leuten. Ich arbeite allein. Oh, na schön. Da will ich nichts gesagt haben. Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Du scheinst sie nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Was kannst du mir verkaufen? Ich schätze, ich habe das, was du willst, Kollege. 170 Stärke. Ja, nee. Nee. Außerdem habe ich schon was Besseres. Ich kann es doch nicht anlegen. Was ein echtes Problem ist. So, mit wem habe ich jetzt schon alles geredet mit dir? Einhandkampf. Will das denn lernen? Du hattest das mit deinen Kollegen zum Orkwall? Ungepatchtes Codec Addon. Dann liegen die Leichen nicht da. Hast du Neuigkeiten? Dass ihr Drachenjäger hierher gekommen seid, ist das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Zeig mir das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 160 Stärke zusammen bekomme oder bräuchte ich noch mal. Oder 170. Ja, die Stärke, die ich bräuchte, um das anzulegen. Das ist schon ein bisschen abartig. Da drin war keiner, ne? Also zumindest am jetzigen Zeitpunkt ist da keiner mehr, glaube ich. Nee, 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 nee. Da ist keiner mehr. Das ist nur ein Ständer. Den habe ich auch vor dem Gesicht. Also genau genommen habe ich das Mikrofongesicht. Der Ständer ist daneben. Ich solle die schlechten Witze, die ich nicht kann lassen. Ähm, gehen wir mal Kirolots Riederbeutel. War eine Riesen-Schnaps-Idee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sagte mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parzival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Natürlich klug, als ist jemand, der nicht kämpfen will, hierher zu kommen. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Ork-Zelte stehen, habe ich es vermutlich verloren. Ich will hier auch immer meine Waffen mitten mit riesigen Mengen Orks, die ich verstehe nicht so ganz. Hey, du. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ähm, er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen. Gib's zu. Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Aufhören. Sofort. Dann gleichen sie alle mich an. Pass auf. Karrier doch. Nicht schlecht. Was ist das denn hier? Ihr wollt damit aufhören. Das ist jetzt... Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Ah. Das hat man davon, wenn man Leuten hilft. Warte mal. Gut. Ja, blablabla, blablabla, blablabla. Das hat man davon, wenn man Leuten hilft. Deswegen helfe ich Menschen nicht. Man muss nur dann wieder mit mehr Menschen reden und auch. Ja, ja, komm. Das kann ich mir verkaufen. Warte mal kurz. Was ist das? Also das ist nur Heilkraut. Hätte ja was wertvolles sein können. Dir hatte ich schon... Ne. Hm, was war denn jetzt da? Äh, hallo, würdest du mal auf... Hallo. Würdest du aufhören zu laufen? Danke. Ach, komm. Warte mal, ich sage jetzt noch mehr Leuten, dass ich ihnen helfen will. Dann kriege ich noch mehr auf die Maul. Äh. Gut, vielleicht reden wir ja nicht mehr. Du bist nur ein Ritter, da hinten ist nix. Da ist Anger. Hey du. Kenn ich dich nicht? Du bist Kor Anger. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anger. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Ich glaube, es ist schon Wahnsinn. Aber egal. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wieder haben. Alle wollen sie irgendwas helfen. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort wo ich als letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Das war mein starken Arm sehen. So. Wir speichern erstmal, bevor ich wieder irgendwas tue, das niemand mag. Und dann geht ja alles hier in den Bach runter. Also. Vielleicht ein bisschen spät, dass hier alles in den Bach runter geht. Ich glaube, hier ist schon alles in den Bach runter gegangen. Hier ist keiner. Nur so. Ritter. Ritter. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit anfangen? Das Schloss ist zu... Äh, das Schloss. Das Tor meine ich. Haupttorwaffe. Hey, du. Was ist dein... Mein Auftrag ist simpel. Das hatten wir schon. Ich werde dich später bestimmt nicht töten. Äh, was? Ich wüsste nicht, warum ich den töten sollte. Was haben wir da noch so? Machen wir erst eine Runde drumherum und dann gehen wir rein, ne? Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Ich will ja keiner hören. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Schnell. Folge mir in den Magiertempel. Bevor die anderen wieder aus ihren Löchern kommen. Ich habe keine Lust, bis morgen zu warten. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischstreck, klar? Ich habe noch Ansprüche stellen. Oh, ich verhungere. Aber... Ja. Ich möchte aber schon noch was Richtiges essen, ne? Schlimm. Ist das jemand? Drehl und ein Sträfling. Ich war draußen, als der Drache. Ich habe ihn gesehen. Ein Drachen. Ich glaube, er hat einen Drachen gesehen. Vermutlich Sumpfkraut. Die Tore sind noch offen, weil ich sie aufgemacht habe, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Moin, Magnus. Was ist das denn für ein Name? Da bist du ja. Also, was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ist das nicht ein bisschen... Zu weit draußen, um nicht aufzufallen? Was will denn der Developer mit Schinken, oder? Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ein Stück Wurst? Klar. Her damit. Da brauchen wir noch einen Käse dazu, ne? Wie wäre es mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Fleisch. Ein Stück Fleisch. Klar. Kommt noch eine Suppe. Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Ja, mehr, mehr. Was ist noch ein Fleisch? Ja, mehr. Ja, komm. Noch mehr. Fleisch. Ein Stück Fleisch. Ja, mehr, mehr. Wie kann man den überhaupt geben? Weiß ich gar nicht mehr. Ein Stück Fleisch. Ja, mehr. Ein Stück Fleisch. Das reicht, das reicht. Damit komme ich erst mal über die Runden. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Also kannst du es auch genauso gut haben. Ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. Bevor man uns... Ja, meiste. Immer noch Hunger? Das soll wohl ein Witz sein. Ich bin gemästet. Danke nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich meine, ich stand draußen und... Also... Da standen Leute rum, das hätte auffallen müssen, okay? Details. Man will ja auch nicht zu weit gehen, man ist schließlich hungrig. Ähm... Das ist halt ein bisschen unsinnig, aber... Brutus... Also Brutus hat Probleme mit seinen... Stimmt. Meinst du, mir geht das besser? Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Das ist doch schon lange... Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat. Aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Er hat Angst vor Fleischwanzen. Ich verstehe nicht, warum er Angst vor Fleischwanzen hat, aber... 40 wertvolle Erfahrungspunkte... Das... Bringst fast schon. Ahm... Nee, nicht wirklich. So, alle tot. Gibt es rein, oder hast du doch noch eine Quizze? Nicht, oder? Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren, oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Ich habe so einiges gehört. Warte mal. Ist noch eine Quizze zu mich? Meinst du, mir geht es besser? Geht es sehr gut? Und du bist sicher, dass die Fleischwanzen weg sind? Ich kann es nicht glauben. Ähm... Da ist gerade eine hinter dir. Was? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Konnte man den dazu bringen, runterzuspringen? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Also, zu den Orks, ich probiere es lieber nicht aus. Lieber nicht. Besser ist das. Ähm... Hatte ich hier noch irgendeinem was zu sagen? Ich glaube nicht. Hier wird alles nur so dummer Ritter. Ich hänge mal wieder in der Wand fest. Passiert mir ständig. Auch in der Realität. Weil ich so fett für die Tür bin. Du hast glaube ich nichts mehr Neues zu sagen. Gibt es was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst. Ja, was war es? Der Koch schon von Neuigkeiten. Ähm... Kommst du wieder raus? Ja, er kommt wieder raus. Ich hoffe, er springt nicht irgendwo runter und stirbt. Das wäre ungünstig, sag ich mal. Sollte er... Ach ne, seine Leute sind jetzt im Bett. Er ist ja noch wach. Er sitzt halt immer da. Ich glaube, er schläft gar nicht. Schlaf ist für die Schwachen. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr. Und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst dich und deine Drachenjägerkollegen, was? Ihr könnt uns helfen. Aber ihr seid einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oric kann dir mehr dazu sagen. Aber der schläft gerade.